Das könntest du sein. Das auch. Und ja, das auch. Du möchtest technische Probleme lösen. Die Welt nachhaltig verbessern. Du bist detailverliebt. Richtig detailverliebt. Siehst aber auch das Große und Ganze. Deine Begeisterung und Interesse an technischen Lösungen kennt keine Grenzen. Und kipp es zu. Du willst genau wissen, wie die Welt um dich herum funktioniert. Das verbindet uns. Wir Bioingenieurinnen und Bioingenieure nutzen Biologie, Chemie und Technik, um Bioprozesse bis ins kleinste Detail zu verstehen, zu entwickeln und zu verbessern. Wir erkennen, was erneuerbare Kraftstoffe, Rohstoff- und Ernährungssicherheit und moderne Pharmazeutika verbindet. Durch unsere Technologien und unser Wissen tragen wir dazu bei, diese globalen Herausforderungen anzugehen. Das klingt nach dir? Dann ist ein Studium im Bioingenieurwesen am KIT genau das Richtige für dich. Wir verbinden die ingenieurwissenschaftliche Tradition mit den modernsten Methoden, damit du ganz nah an der aktuellen Forschung bist. Während deines Studiums im KIT kannst du an Großanlagen und in Laboren praktische Erfahrungen sammeln und so einen Einblick in die Technologien und Arbeitsweisen erhalten, die du später im Beruf anwenden wirst. Unsere enge Verzahnung von Theorie und Praxis bereitet dich optimal auf die Herausforderungen im Bioingenieurwesen vor und eröffnet dir vielfältige Karrierechancen in Forschung und Industrie. UMURW revenir im Körper UN www.UNKIT.org � gracchende popping Speaker this Tele advise aus